Musik Ja, einen wunderschönen Guten Tag, würde ich mal sagen Guten Tag oder guten Abend oder guten Nacht, je nachdem wie genau man auf die Uhr schaut Hier sind wieder mal die aussätzigen Zauberer Diesmal mit einer Sondersendung, würde ich sagen Sondersendung, ja Wir lassen den Datenschutz mal ganz außen vor Und mein Kollege hier hat etwas Wunderschönes gekauft Erzähl mir doch mal kurz überhaupt, was das ist Ja, wir hatten kurz nach Weihnachten schon mal das angesprochen in einer anderen Sendung Und zwar der sogenannte Gigatron TTL-Computer Ist ein kleiner 8-Bit-Rechner, den man selbst zusammenbauen darf Den es als Bausatz gibt Von zwei holländischen Hackern Erfunden, konzipiert Und auch im Vertrieb Ja, ist ein wunderschönes Objekt Zum selber zusammenbauen Was Ein paar Besonderheiten hat Also zunächst mal rein von der technischen Seite her betrachtet Das ist ein TTL-Rechner Das heißt, da ist kein Mikroprozessor drin Sondern alles wird mit Transistoren nachgebildet Und damit man jetzt nicht einzelne Transistoren reinlöten muss Das sind sogenannte TTL-Bausteine verbaut Im Prinzip eigentlich immer nur von der Art her zwei verschiedene In einer geschütteten Anzahl Die dann im Endeffekt einen kompletten Rechner 8-Bit-Rechner So ein, wie man es früher kannte So noch vor C64-Zeiten Recht einfache Programme mit ablaufen lassen kann So, mal ganz grob Was ist mit dabei Oder was kann der Rechner Also Input ist zunächst mal Also Eingabe Über so einen kleinen Controller Den man so von Spielkonsolen kennt Ist mit dabei So ein bisschen auf alt gemacht Sehr schön Dann hat er im Prinzip eine Ausgabe Auf einen Monitor Einen alten VGA-Monitor Braucht man dazu Jo, und was brauchen wir noch Stromversorgung ist ein ganz normaler USB-Anschluss 5 Volt Kann rein theoretisch sogar mit einer Batterie betrieben werden Und für den Soundausgang gibt es noch einen Klinkenstecker Mit dem halt das Audio herausgeführt wird Also ich verstehe das richtig im Prinzip Die komplette CPU ist quasi hier nachgebildet durch Ich sag mal hier so Vielleicht 15 einzelne kleine ICs Genau Okay, also ein Bild tun wir in der Beschreibung auch Abspeichern Dass ihr euch das mal angucken könnt Okay Dieser Computer Du hast den jetzt selbst zusammengelötet Jetzt erstmal die Frage Wie lange hast du ihn gebraucht Um das zusammenzubauen Bis es funktioniert hat Ich hab mir recht Zeit gelassen Also nix überall Schön alles schön sauber Sag mal vorbereitet auch Drei Abende war das Ding zusammengeschraubt Also sag ich jetzt mal in Stunden gerechnet Vielleicht vier Stunden, fünf Stunden Okay Und ist das so einfach Dass es auch Laien machen können Wenn sie sagen Sie wollen das einfach mal ausprobieren Oder würdest du sagen Hier muss schon Jemand irgendwie Elektroniker sein Oder schon mal gelötet haben Das ist auch ein weiterer Pluspunkt Bei diesem Bausatz In Anführungsstrichen Also man bekommt Alles was man Für den Betrieb Und für das Zusammenbauen braucht Mitgeliefert Außer Seitenschneider Lötkolben Und man sollte Ein Messgerät haben Um Spannung und Strom messen zu können Also Spannung in dem Fall reicht vollkommen aus Also so einen kleinen Multimeter Für Ich sag jetzt mal Tut es auch ein Für sechs, sieben Euro aus dem Ebay Man kriegt eine Anleitung mitgeliefert Man kriegt das Gehäuse mitgeliefert Was man für den Kompletten Rechner dann eben braucht Wie gesagt Bilder liefern wir ja mit Und das Schöne ist Dass die Anleitung wirklich Die fängt von ganz ganz vorne an Die mal erklärt Ja was geht es hier in dem Projekt Wie fängt man damit an Was braucht man Wie sieht das Werkzeug aus Was muss man wissen Bausteine sind sehr übersichtlich Also es ist nichts super kompliziertes dabei Man kriegt alles erklärt Also jeden Baustein auch nochmal grob erklärt Was macht der denn überhaupt Und dann fängt das damit an Dass man zunächst mal Die notwendigen Pull-up Widerstände Also Widerstände Die jetzt benötigt werden Um Spannungen eben auf den richtigen Wert runter zu kriegen Für LEDs oder auch eben für die Für die TDL Bausteine Oder eben VGA Ausgang zum Beispiel Muss man Widerstände einlöten Widerstände sind vom Löten her ja das Einfachste Die können mal heiß werden Da kann man auch mal dreimal dran gehen Bis sie richtig drin sind und so Und damit fängt man an Und wenn man das dann nach Anleitung hat Dann hat man schon so viel Übung Dass man sich an die Ich sag jetzt mal Bausteine ranwagen kann Die dann ein bisschen komplexer sind Das wären dann Kondensatoren zum Beispiel Und so geht das dann Stück für Stück Da ran Und wirklich Schritt für Schritt erklärt in der Anleitung Die Platine die mitgeliefert wird Ist beschriftet Man kann da eigentlich Nix falsch machen Also selbst ein Anfänger Der sich was zutraut Kann loslegen Das hört sich ja erstmal total super an Ja was macht man jetzt mit diesem Computer Wenn er fertig ist Stellt man in den Schrank Oder Kann ich meine Steuererklärung damit machen Oder was kann ich jetzt damit machen Also selbst eine Steuererklärung wäre möglich Aber es würde sehr lange brauchen Also ich glaube da wirst du vorher Wahrscheinlich irgendeine Abmahnung kriegen Von der Finanzbehörde Also was kann man mit dem Ding machen Also eine Besonderheit Die das Teil hat Ist Also fangen wir mal anders an Zunächst mal dient es halt wirklich Dazu Schritt für Schritt Sich näher zu bringen Wie ein Computer eigentlich funktioniert Das wird in der Anleitung gemacht Es gibt Videos bei den Bei den Machern auf der Webseite Die dann wirklich mal so erklären Wie sind sie überhaupt auf die Idee gekommen Wie haben sie da angefangen mit Die wollten halt einen kleinen Retro-Computer bauen Der recht einfach aufgebaut ist Das ist ihnen sehr gut gelungen Also man wird da ein bisschen An die Hand genommen Um Verständnis Wie funktioniert überhaupt Ein Computer hinzukriegen Das zweite ist Man lernt Im relativ übersichtlichen Aber doch komplexen Projekt Einfach mal was zusammenzubauen Was dann nachher auch mehr macht Wie nur ein paar LEDs die blinken Hier blinken zwar auch ein paar LEDs Aber im Großen und Ganzen Hat man eben ein paar Programme Die da mitgeliefert werden Die Man kann Mandelbrot Grafiken berechnen Man kann Bilder anzeigen lassen Man kann kleine Spielchen spielen So dieses Ich sag jetzt mal Tetris Dieses Wie hieß das Bricks heißt es hier Breakout Breakout Genau so ein Breakout Spiel ist dabei Also Es ist schon auch ein bisschen was dabei So jetzt kommen wir auf die komplexere Geschichte Weil das Design eben so ist Das ist halt ein Rechner Der jetzt kein Speichermedium mitbringt Also es gibt da keine Festplatte oder Disk oder SD-Kartenleser oder so Das ist eben nicht vorgesehen Das wäre zu komplex gewesen Das heißt die Programme sind im Prinzip in einem sogenannten EEPROM fest eingespeichert Das ist ein Chip Der eigentlich sogar der größte Chip auf der ganzen Platine Da ist im Prinzip der komplette Programmcode und auch die Daten die notwendig sind Die sind im Prinzip da Ja ich sag jetzt mal abgelegt Und Somit ist es jetzt nicht so einfach möglich da irgendwie selber Programme reinzukriegen Man müsste rein theoretisch das EEPROM neu schreiben Das ist nur eine mehr oder weniger einmalige Sache Das einzigste was jetzt in der neuen Version mit dazugekommen ist Ich rede jetzt gerade hier über den TTL Mikrocomputer ROM V3 Also schon die dritte Version die mitgeliefert wird Es ist jetzt ein sogenanntes Basic mit dazugekommen Und es gibt einen kleinen Tastaturadapter Da kann man mehr wie diesen einfachen Spiele-Controller anschließen Nämlich eine alte PS2-Tastatur Und dann kann man Basic-Interpreter-mäßig Das ist ein Tiny Basic was drin ist Im Prinzip Basic programmieren Also 10, GoTo 20, 20, GoTo weiß ich nicht 10 Und dann läuft er schön in Schleife Gut jetzt haben wir nichts ausgegeben Aber so in der Art Man kann relativ einfach einen Basic-Code schreiben Nachteil Man kann nicht speichern Also das heißt wenn der Strom weg ist Und dann steckt es wieder rein Ist das was man da programmiert hat Leider auch wieder weg Ja das ist so jetzt der Stand der Dinge Das erinnert mich aber auch an den ersten Monat Meines C64 Ja genau Bevor ich im nächsten Monat wieder Geld hatte Um mir ein Speichermedium zu kaufen Okay Genau Du hast mir vorhin schon im Gespräch gesagt Dass die auch jetzt noch sehr aktiv sind quasi Und man schon damit auch rechnen kann Dass vielleicht noch ein Speichermedium zum Beispiel kommt Kann ich mir gut vorstellen Also das ganze Teil hat halt einen Serien-Ein-Ausgang Und rein theoretisch kann man sich da alles mögliche vorstellen Was ja schon finde ich jetzt Wenn man mal ein bisschen tiefer reinguckt Schon der Hammer ist bei dem Teil Wenn man sich die Videos anguckt von den beiden Und die erzählen so ein bisschen Wie sie denn da hingekommen sind Also wie haben sie denn überhaupt angefangen Was war die Idee Also einen einfachen Retro-Computer 8-Bit-Computer selber bauen Was jedem einfällt Ist im Prinzip Ja was brauche ich denn Ein paar Taster für was einzugeben Und ich brauche irgendeine Ausgabe Ich sage jetzt mal In der Regel sind das dann irgendwelche LEDs Die anfangen irgendwelche Muster darzustellen Oder bei den Lerncomputern Die ich so aus den 80er, 90ern noch kenne Waren das dann 2, 7 oder 8 Segmentanzeigen Die, ne 7 Segmente sind es 7 Segmentanzeigen Die dann halt irgendwelchen Hexcode ausgegeben haben Das war dann die Ausgabe so Und so fängt deren Vortrag eigentlich auch an Ein paar Taster für die Eingabe Wir brauchen irgendwas zur Ausgabe Machen wir ein paar LEDs Und irgendwann in dem Vortrag Fängt er dann an Und so, ja dann haben wir da mal geguckt Und so Und dann sind wir auf die Idee gekommen Wir machen einen VGA-Ausgang da dran Das heißt, dieses Teil kann man ganz normal An einen älteren VGA-Bildschirm Oder mit einem HDMI-Adapter Auch an einen modernen HDMI-Monitor anschließen Und das Ding hat einen richtigen Bildschirmausgang Ja, also Hammer Ja, und so kann ich mir vorstellen Wird es vielleicht auch irgendwann mal Über die serielle Schnittstelle Speichermöglichkeit geben Ja, okay, sehr interessant Ich gucke jetzt gerade mal hinten drauf Also wir haben Stromanschluss Wir haben einmal Soundausgabe Weil über VGA damals kein Sound kam Genau VGA-Stecker und eben den seriellen Also die serielle Schnittstelle Eigentlich sieht es so schön aus Man könnte es an die Wand hängen, oder? Genau Also meine Überlegung im Moment ist Dieses schöne Programm Was mitgeliefert mit Mandelbrot Das berechnet halt eine Mandelbrot-Grafik Wollen wir es gerade mal starten Einfach, dann sieht man vielleicht auch mal ein bisschen Wie das Ding rechnet Und wir machen davon auch ein Foto Ja, genau Wollte ich gerade sagen Stellen das auch auf die Webseite dann Müssen wir ein Bild von machen Ich muss ja immer die Taste finden Mit der es losgeht Taste A Aber was ist A? Beim Gameboy steht es drauf Ja, okay Ja, das ist genau Das ist so ein Punkt Der fragt ja nur zyklisch ab Also du musst dann manchmal Ah ja, okay So, ja Wie sieht das Programm aus? Also da läuft jetzt im Prinzip So ein Cursor, sag ich mal Über alle vier Ecken des Monitors Spiralförmig in die Mitte Und zeichnet dabei ein Bild Und der Rechner ist ja nicht sehr schnell Sondern eher sehr langsam Und man kann jetzt wirklich Punkt für Punkt beobachten Wie sich langsam eben so ein Bild aufbaut Mantelbrot Grafik kennt man vielleicht Wir machen ja gleich auch nochmal ein Bild Wir hängen es mit rein Das ist diese Apfelmenschen Grafik Die man so vielleicht kennt Und der rechnet da ein Bild nach dem anderen Das dauert so Ja, ich weiß nicht Wir können ja mal gucken Wie lange er für das erste Bild gerechnet hat Weil die Zeit wird auch gestoppt Also man sieht in der Mitte Auch, dass da Zeit angezeigt wird Also vielleicht mal zum Vergleich einfach Nachdem ich sowas in Basic Auf dem CFN 60 in den 80ern eingegeben habe Habe ich das abends gestartet Bevor ich ins Bett gegangen bin Und war froh, wenn es am nächsten Morgen fertig war Ansonsten habe ich meiner Stiefmutter noch Bescheid gesagt Sie soll bitte beim Putzen einen großen Großen Umweg um einen Schreibtisch machen Damit da ja nicht die Stromversorgung unterbrochen wird Es ist natürlich schon irgendwie faszinierend Wenn man jetzt einfach sieht Man hat selbst was zusammengelötet Und im Prinzip kommt da dasselbe raus Wie aus den Homecomputern früher Oder wir können es ja auch heute auf dem Windows-Rechner starten Nur da kommt es in einer, was weiß ich Zehntel Sekunde oder so Und hier wird es zwei, drei Minuten dauern Oder vier, fünf Ja, aber genau das ist der Punkt Also das eine Man sieht hier wirklich noch Ich sage jetzt mal übertrieben Bit für Bit irgendwie was entstehen Das ist das eine Der ganze Rechner ist ja auch so aufgebaut Dass man wirklich, ich sage faszinierend Wenn man da auf die Platine guckt An jedem Chip oder an jeder Region Wo Chips drin sind Steht dran, was das ist Also wofür sind die jetzt da Ja, was machen die genau Und wenn man sich dann ein klein bisschen Im Internet mal umtut Um einfach mal zu gucken Wie funktioniert denn ein Prozessor Was ist da für notwendig Man kann da super viel Infos finden TTL-Bausteine Transistor-Transistor-Logik Bezeichnet Chips, in denen halt Transistoren sind Ja, da sind halt ganz viele Sogenannte Gatter drin Die ganz bestimmte Rechenoperationen Binäre Rechenoperationen Machen Damit man aber auch nochmal So einen TTL-Baustein praktisch offen sieht Haben die dann Einen Baustein Beziehungsweise eigentlich Einen Teil von zwei Bausteinen Mal separat aufgebaut Also nicht als TTL-Chip reingelötet Sondern tatsächlich mit Dioden gebaut Also man geht sogar nochmal eins tiefer Von TTL weg Das alles mal mit Dioden zu sehen Und das mit ein bisschen Interesse Wie gesagt Bedienungsanleitungen beschreiben Eine ganze Menge Auf deren Webseite ist noch mehr Und im Internet Findet man Unendlich viel Infos darüber Da kann man wirklich Einen Rechner Ja, nachvollziehen Also wie funktioniert es Ja Ich sehe hier gerade Jetzt hier ist der Programm-Counter Also quasi Da wird Da merkt sich der Prozessor Wo er eigentlich gerade im Programm-Code ist Und wenn wir hier von einem 8-Bit-Rechner ausgehen Hier sind Dieses eine Byte Ist auf einer Fläche von vielleicht 6x3 cm untergebracht Ja Aber Es macht halt einfach neugierig Was passiert da eigentlich Also man kann Quasi den Prozessor fast anfassen Wenn man das so sagen kann Ja, genau Ja, ich finde es also wirklich Übrigens ist es Intern sogar ein 16-Bit-Rechner Also ich glaube die Register sind alle auf 16-Bit ausgelegt Aber Okay Müsste ich jetzt lügen Habe ich irgendwo Ich habe eben in der Anleitung nochmal gesehen Zumindest alle Busse und so Es sind nur 8-Bit Und irgendwo stand auch vorne Dass es eigentlich ein 8-Bit-Rechner ist Ja Aber das kann natürlich gut sein Dass die auf 16 schon ausgelegt sind Mit dem Gedanken vielleicht Eine nächste Version auf 16-Bit aufzubohren Oder so Keine Ahnung Ja Genau Jo Und was zum Beispiel Weil du eben sagtest Verführt eigentlich dazu Sich zu überlegen Sowas an die Wand zu hängen Weil es sieht einfach auch schön aus Ja Muss man ganz ehrlich sagen Also meine Überlegung ist Da der Rechner ja tatsächlich mit Batterien betrieben werden kann Also Kleiner Akku 5-Volt-Akku USB Drangehängt Dann läuft der Da die Programme ja alle fest in einem E-Prom drin stehen Das heißt Die sind eigentlich nicht zerstörbar Außer man legt da zu viel Spannung an Oder so Passiert da nichts Wenn man den einfach stromlos macht Und wieder einschaltet Fängt er einfach von vorne an zu rechnen Das heißt Das heißt rein theoretisch Akku drangeklinkt Ja 5-Volt-Akku USB Drangemacht Und einen einfachen VGA-fähigen LCD-Bildschirm gekauft Also wirklich so einen kleinen Hier für Arduino Oder auch für einen Raspberry oder so Den da drangemacht Hätte man Gerade mit der Mantelbrot-Grafik Die schon auch Eine bestimmte Ästhetik mitbringt Das Ding an die Wand gehängt Sieht gut aus Also kann ich mir schon Gut vorstellen Zumindest für uns Computer Ja klar Ja Ne also es sieht wirklich schön aus Und das Ganze hattest du gesagt Hast du jetzt im Internet In den Niederlanden gekauft Genau Direkt von den Erfindern Also man kann es jetzt auch gar nicht Über irgendwelche Geschäfte kaufen Oder so Man muss das direkt auf der Webseite bestellen Ne Man muss eine E-Mail an die Beiden Herren schreiben Oder an einen der beiden Und einfach fragen Ob sie Wie viel es kostet Und wann sie dir eins schicken können Weil die haben nicht alles auf Lager Okay Also das ist Das ist echt ein Hobbyprojekt Muss man ganz klar sagen Und die haben sich Sehr 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 viel Mühe gegeben Und die kaufen halt einfach TTL-Bausteine Und alles was sie so brauchen Immer Schübeweise Und dann machen sie Päckchen fertig Und wenn du da jetzt Pech hast Haben sie halt jetzt Gerade nichts vorrätig Dann dauert es halt Vielleicht mal ein bisschen länger Ich habe das jetzt Vor Kurz vor Weihnachten Bestellt Und das war innerhalb von Einer Woche war das da Ja Also dafür dass es ein Hobbyprojekt ist Muss man jetzt einfach mal sagen Super professionell Ist die Jetzt allein das Aussehen Der Platine Ich meine natürlich Gibt man die weg Zum Ätzen und so zum Herstellen Aber die sieht super professionell aus Mit der ganzen Beschriftung Und allem drum und dran Ist ein kleines Holzgehäuse dabei Muss man auch dazu sagen Mit Glasscheibe vorne Sodass man die ganze Elektronik sieht Also wie gesagt Ein wunderschönes Projekt eigentlich Was sagt die Frau dazu Wenn sowas im Flur hängt Weiß ich noch nicht Das hängt ja noch nicht im Flur Okay Aber ich kann schon mal Ich kann schon mal sagen Dass sie Schon froh war Weil ich so Vier Abende Ziemlich ruhig in der Ecke saß Und vor mich hingelötet habe Und sie schön Weihnachten schmücken durfte Und dass ich rummeckere Nee also Es ist Also ganz klar Es kommt was Ästhetisches bei raus Es kommt was raus Wenn alles gut geht Was auch ein bisschen Was auf dem Bildschirm zaubern kann Es sieht gut aus Selbst wenn man da jetzt Kein Bildschirm anschließt Man kann es an die Wand hängen Und sagen hier Das ist ein kompletter Computer Ja es ist ein kompletter Computer Ja es sieht so ein bisschen aus Wie der Apple 1 Damals von Voss Ja So muss man sich das vorstellen So von der Optik her Du hast Hast du schon irgendetwas Mal drauf programmiert So außer einem Einzeiler Also Nee Nein okay Also andere Frage Du hast ja schon An solchen Sachen immer Ein starkes Interesse Hast du dich umgeguckt Nach irgendwelchen Foren oder so Hat man da im Internet Noch Gleichgesinnte Mit denen man diskutieren kann Oder irgendwas klären kann Reparieren kann Erweitern kann Hier für den Gigatron jetzt erzählen Ja Also die Die beiden machen selber Haben selber ein ganz gutes Forum Offen Und Es gibt auch immer wieder Updates Also es ist jetzt nichts Was wo man sagt Ah ja jeden zweiten Monat Kommt da irgendwie der Knaller Oder so Aber Die Wie ich das Teil bestellt habe War diese Version 3 Vom ROM Gerade mal eine Woche alt Oder zwei Ja also es war ganz frisch Und Es gibt immer Updates Also wenn es jetzt ein V4 gibt Die bieten dann immer Auch für wenig Geld Praktisch die E-Proms Als Update an Okay Sie haben Erweiterungen gemacht Für die PS2 Tastatur Weil dieses Basic Was jetzt dazu gekommen ist Dann reicht natürlich nicht mehr So ein Spiele-Controller Da braucht man eine Tastatur Um tatsächlich was schreiben zu können Ähm Da haben sie halt so einen kleinen Konverter gebaut Dass über die serielle Schnittstelle Wo der Controller angeschlossen wird Eben auch eine PS2 Tastatur Angeschlossen werden kann Den gab es hier Für laut mit dazu Den haben sie halt im Prinzip Gleich mitgegeben Diesen kleinen Konverter Ähm Also da ist immer was los Also auch die Programme Die hier Ähm Dazu kamen So nach und nach Die sind auch nicht nur von den beiden Sondern Das macht eine Community Also es gibt schon ein paar Leute Die ein bisschen was schreiben Ausprobieren Es gibt auch einen Emulator Also sprich Man kann Die Programme auch Auf einem Emulator schreiben Man muss jetzt nicht Andauernd irgendwie E-Prom brennen Und dann ausprobieren Ob es noch geht Sondern man kann das im Prinzip Vorher alles ausprobieren Das klingt doch ganz schön Ja Ich nehme mal an Das Ganze findet dann Auf Englisch statt Weil jetzt Niederländisch Die Menge der Menschen Die Niederländisch spricht Ist nicht so wahnsinnig hoch Jo Ja Du sagst also Neue Raumversionen Werden zum Kauf angeboten Ich nehme an Das ist dann auch nicht so teuer Da ist man dann vermutlich Auch mit 10, 20 Euro Oder so dabei Ja Also ich sage mal Das Ganze reizt mich ja schon So zum Basteln Im Moment wird mich jetzt Einfach noch abhalten Ich will damit auch mal programmieren Und ich kann es noch nicht speichern Aber so wie du das erzählst Denke ich kann man da schon Hoffnung auch haben Dass es da irgendeine Lösung geben wird Dass man in Zukunft auch mal was abspeichern kann Ja Gehe ich auch von aus Also ich muss sagen Das Ding sieht einfach toll aus Also wir sitzen hier davor Vor diesem kleinen Holzkästchen Ich würde mal so sagen So 25 mal 18 Zentimeter oder so Ein bisschen kleiner wie ein DIN A4 Heft Und man guckt dauernd drauf Weil es sieht einfach nur schön aus Und es sind Ja Männer sind ja einfach gestrickt Ja da sind 5 Leuchtdioden Eine leuchtet immer Und 4 blinken Das ist einfach nett anzuschauen Ja Ja Absolut Wie gesagt Eine Idee von mir So einen kleinen VGA LCD dran Und tatsächlich mit der Batterie Einfach an die Wand hängen Ja Ja ist eine tolle Idee Ist eine tolle Idee eigentlich Klasse Wirklich schön Die Mandelbrotmenge Die ist jetzt noch nicht fertig Und wenn ich mich so recht entsinne Ist auch Je weiter es in die Mitte geht Umso länger dauert es Umso langsamer Genau Ja Und umso länger dauert es Also er ist im Moment bei 11 Minuten Ich denke mal Der wird locker nochmal eine Viertelstunde rechnen Obwohl rein von der Bildfläche her Er hat so 4 Fünftel fertig ist etwa Ja Also ich hatte ihn mal Wirklich länger laufen Einfach um zu gucken Bleibt der irgendwann mal stehen Oder Läuft der durch Wird irgendwas warm Ja Also das ist ja alles so separat hier Da wird nichts warm Also bisschen Wärme schon Aber Nichts was in die Größenordnung geht Wie wir so heute bei Prozessoren kennt Ja Was Abwärme angeht Ja ich hab den Mal zwei Tage komplett durchlaufen lassen Und dann Wenn er mit dem ersten Mandelbrotbild fertig ist Nimmt er die nächste Iteration Und malt das nächste Bild oben drüber Das heißt Du hast dann mit der Zeit Wirklich ständig ein Bild da drauf Was dann praktisch übermalt wird Und das hat schon was Also das dauert ein bisschen Ja Aber du Sag jetzt mal Kommst eine Stunde oder zwei Stunden später Da an der Wand vorbei Und schon hast du da ein anderes Bild hängen Ja Also für so Freaks ist es definitiv Ein tolles Weihnachtsgeschenk Absolut Tolles Spielzeug Ja Super Ja Kannst du vielleicht nochmal kurz sagen In welcher Preisregion sich das Ganze jetzt bewegt hat So mit Versand etwa Ja mit allem drum dran Lag ich so bei 170 Euro Bei 170 Euro Dazu ein alter VGA Monitor Ja Eine alte PS2 Tastatur Und mehr braucht man eigentlich nicht oder Genau So ein Zusammenlöten Lötkolben und Messgeräte Und das war es ja Also Ein super Spielzeug sage ich mal Oder Gadget Oder wie man das auch immer bezeichnen will Kannst du irgendwie vergleichen Oder ist das vielleicht in der Anleitung Oder in den Foren Wie schnell ist der Rechner Im Vergleich zu einem früheren Computer Das kann man gar nicht sagen Kann man glaube ich so nicht sagen Also man kann den jetzt nicht mit einem C64 oder so vergleichen Da ist der C64 viel universeller Ja Auch von der Grafik her und so Das ist weit weg von sowas Aber wo man es denke ich schon mit vergleichen kann Ist so die Z80 Fraktion So diese Diese Sinclair Z80 So in die Region geht es schon Ja Also da kann man schon sagen Das könnte ungefähr hinkommen Also ist nicht super langsam Es ist jetzt auch kein C64 Für Leute die jetzt mit wenig Geld was zusammen löten wollen Aber ich sage mal so Z80 So die ersten Sinclair Z80 Das kommt da schon hin Fantastisch Okay Dann erstmal danke für das Gespräch Bitte bitte Und wir schauen dann einfach mal Ob wir vielleicht nochmal eine zweite Sendung machen Wenn es hier wirklich zum Beispiel Eine Datenspeicherung möglich ist Was wir definitiv mal machen Ist so über solche Themen Als aussätzliche Zauberer Mal vielleicht das ein oder andere Aufgreifen und eine Sendung machen Weil nur Datenschutz Ist irgendwie Auch zu wenig Auch wenn wir hier und da immer wieder was vergessen Aber macht ja nichts mehr Wir haben es ja vergessen Genau In diesem Sinne wünschen wir euch noch einen schönen Abend Macht's gut Ciao Dieses Angebot ist keine Rechtsberatung Und vollständig subjektiv Zu Risiken und Nebenwirkungen Lesen Sie die Gesetzgebung Und fragen Ihren Datenschutzbeauftragten Oder Rechtsanwalt Aber erstes Wenn wir zwei Videos gefeiert